So, wir haben jetzt gerade hier mal eben eine kleine Stärkung zu uns genommen. Wir haben einen Tee, kommen gerade aus dem Auto, haben uns aufgewärmt und ja, jetzt kann es weitergehen. Herzlich willkommen also zu Teil 2. Für euch ist es jetzt ein neues Video, für uns der gleiche Tag, nur anderthalb, zwei Stunden später. Wir wollen uns heute um das Angeln mit der Mückenlarve kümmern. Ich habe heute Morgen schon hier auf dem Platz gesessen. Wir gehen gleich auf alle Details ein, welche Erde verwende ich, wie bereite ich meine Mückenlarven vor und was geht es beim Angeln mit der Larve im Winter in so einem Kanal wie hier zu beachten. Und ich würde sagen, ich trinke in Ruhe meinen Tee aus, nehme euch dann gleich mit an die Vorbereitung und dann geht es sofort weiter. Ich hoffe, dass wir noch ein paar größere Fische vor die Kamera bekommen, ein paar Rotaugen oder sowas. Und ja, ich hoffe einfach, dass es ein super Abschluss des Tages für mich wird, für euch ein super zweiter Teil und nicht lang schnacken. Los geht's, Prost! So, als allererstes müssen wir natürlich die Mückenlarven entsprechend vorbereiten und wir haben schon ein paar Mal in einzelnen Videos das Ganze dann auseinanderklarbüstert und jetzt möchte ich euch auch nochmal wirklich so für den Winter so einen ganz langsam fließenden Kanal die Basics einmal näher bringen und erklären und dabei auf so ein paar Punkte, die man beachten muss, eingehen. Zum Ersten die Wahl der Erde. Ich habe jetzt heute zwei unterschiedliche Varianten Erde dabei. Zum einen hier dieser Damp Leam Competition, Lehm der Rivière. Sehr hochtrabende Namen immer für eigentlich relativ simple Sachen. Was habe ich hier? Das ist recht schwarze Erde, die so ein bisschen Bindestoff drin hat und dementsprechend es erlaubt, auch wenn die Mückenlarven da eingerührt sind, schnell zum Boden zu sinken, sich aufzulösen, eher langsam und träge. Aber genau das möchte ich eigentlich jetzt auch im Winter, wo die Fische auch träge sind, erreichen. Wenn ich dann das Ganze noch ein bisschen mehr abbinden möchte, gibt es den sogenannten Double Leam Competition. Da ist dann noch mehr Bindelehm dabei. Das ist eine Mischung aus unterschiedlichen Lehmsorten und dementsprechend noch fester. Das würde ich dann eher an einem Kanal machen, der vielleicht stärker fließt, wo das ein oder andere Schiff auch mal durchfährt. Haben wir hier an diesem Gewässer alles heute nicht. Und dementsprechend entscheide ich mich eben für diese erste Variante. Die ist zudem auch noch stärker abgedunkelt. Und die kann ich, nachdem ich sie einmal im Sieb ein bisschen oder durchs Sieb gedrückt habe und ein bisschen aufgelockert habe, dann wirklich am heutigen Tage eins zu eins für die Mückenlarven verwenden. Und bin dementsprechend schon, was die Wahl der Erde angeht, komplett durch, indem ich einfach eine fertige Tüte aufreiße und beginnen kann. Was wir immer brauchen, ist irgendeine Form von Mückentrenner. Die gibt es in unterschiedlichsten Farben, Variationen. Ich habe mich heute für die Naturvariante, für eine uralte Dose auch entschieden. Es geht darum, die kleinen Mückenlarven aufzutrennen. Das machen wir gleich alles ganz in Ruhe hier auf dem Side Tray. Und dann seht ihr, wie sich die Mückenlarven einzeln auftrennen und deutlich an Aktivität gewinnen. Zu guter Letzt einfach zwei große Köderdosen. Zum einen kommt in die eine gleich klares Wasser, wo die großen Mückenlarven dann entsprechend sich drin aufhalten während der Angelzeit. Ich habe die großen Mückenlarven letzte Nacht schon einmal vorbereitet. Das heißt, ich habe sie gestern Abend zu Hause in so eine große Wanne gefüllt, durch ein Sieb laufen lassen. Da kann man einfach ein schön sauber gemachtes Caster-Sieb zum Beispiel verwenden. Da laufen die dann alle durch. Oben bleiben dann immer so ein paar liegen, die entsprechend abgestorben sind. Die habe ich einmal rausgefiltert, sodass wir eigentlich ein frisches Paket von wirklich qualitativ hochwertigen Haken-Mückenlarven haben sollten. Und ja, die kleinen Mückenlarven trennen wir entsprechend auf. Die Erde packe ich dann gleich schon hier entsprechend in meine Köderdose. Das reicht von der Menge absolut aus. Heute ist es echt weiterhin ziemlich kalt. Und dementsprechend brauchen wir da nicht zu viel Erde mit zu vielen Mückenlarven einzubringen, sondern können uns auf das Wesentliche beschränken, nämlich den Hakenköder und dass wir entsprechend Fische fangen. Dann würde ich sagen, bereiten wir das Ganze vor. So, als erstes starten wir mit der Vorbereitung der kleinen Mücken. Die sind in Zeitung eingewickelt, die werden so geliefert. Klappen wir das Ganze mal auf. Man sieht schon, hier kleben die aktuell so ein bisschen an der Zeitung fest. Es hält sich ehrlicherweise auch noch in Grenzen, weil es jetzt natürlich auch kalt ist und die Larven die ganze Zeit schön kühl gelagert worden sind. Jetzt streue ich einfach den Trenner so ein bisschen rüber. Das ist, wie gesagt, läuft unter Natur. Es ist so ein bisschen rötlich gefärbt, weil die Larven ja auch ihre eigene Farbe mitbringen. Da nehmen wir noch mal ein bisschen mehr. Ich bin da zwar ein bisschen vorsichtig immer mit, aber ein bisschen muss auch rauf. Und man sieht schon, indem ich jetzt einfach nur mit den Händen so, mit den Fingern so durchfächere, ein bisschen das Ganze in die Mitte bringen wieder, trennen die Larven sich schon sehr gut voneinander auf. Ein bisschen von der Zeitung hole ich sie auch runter und immer wieder so ein bisschen durch die Finger gleiten lassen. Dann klappt das schon ganz gut. So, jetzt zwischen den Händen reiben, dass die letzten Brocken und Krümel sich auch trennen. Ich bin immer ein Freund davon, das nicht zu genau zu machen im Sommer. Und wenn ich oft Brassen angele und so. Jetzt geht es heute natürlich vorwiegend um kleinere Fische. Da nehme ich mir entsprechend ein bisschen mehr Zeit, um das Ganze hier auf meinem kleinen Side-Tray zu trennen. Immer wieder in die Mitte. Wie gesagt, nehmt euch da einfach ein bisschen Zeit für. Ist aber sehr intuitiv und keine große Sache. Dementsprechend sollte das gut funktionieren. Jetzt sind die Mückenlarven entsprechend getrennt. Und was ich dann mache, ist, um sie erstmal versorgt zu haben und aus dem Blickfeld zu bekommen, um Platz zu haben, wickele ich die Zeitung einfach wieder so ein bisschen ein. Da müsst ihr euch selber so ein bisschen gucken, wie das am besten für euch funktioniert. Ich fange immer an, dass ich es von einer Seite aufwickele. Nicht zu fest. So, schön locker. So, dass sie aber nicht rausfallen. Und habe dann so ein Paket geschnürt. Das lege ich zur Seite und kann dann entsprechend mit dem Rest weitermachen. So, wie schon gesagt, habe ich die großen Larven so ein bisschen durchlaufen lassen durch ein Sieb. Sodass das, was wir jetzt sehen sollten, eigentlich ziemlich schöne Mückenlarven sein sollten. Genau so ist es. Das sind recht träge, aber eben feuerrot. Ganz paar sind dabei, die jetzt bei der Kälte ein bisschen sehr träge sind oder auch über Nacht dann abgestorben sind. Das ist nicht schlimm. Bei den Temperaturen ist es auf jeden Fall vollkommen in Ordnung, so wie sie jetzt sind. Im Sommer würde ich empfehlen, auch am Wasser vielleicht nochmal die Mückenlarven durchlaufen zu lassen. Wenn man das jetzt hier mit dem kalten Wasser versuchen würde, dann ist es schon so, dass die Larven eben sehr lange brauchen, weil sie sich deutlich langsamer als im Sommer bewegen. In diesem Fall habe ich mir jetzt einfach eine Köderdose mit ganz sauberem Inhalt, also ganz, ganz sauberem Wasser entsprechend vorbereitet. Habe die Dose richtig schön ausgespült und dann Wasser aus dem Gewässer direkt genommen. Und führe jetzt einfach, zack, die Larven ins Wasser. So, jetzt haben wir die Larven entsprechend vorbereitet und ihr seht schon, die sind zwar recht träge, aber eben feuerrot und perfekt fertig zum Angeln. Das kann also, was die Larven angeht, jetzt schon losgehen. So, wie schon gesagt, wollen wir die Erde dann auch noch eben fertig machen. Ich nehme die einfach aus der Tüte. Ihr könnt sie theoretisch auch an Gewässern, wo es nicht darauf ankommt, wie heute bei Eiseskälte wenig Fische zu fangen, theoretisch auch so aus der Tüte raus angeln. Ich siebe sie einmal durch ein feines Sieb heute. So, viel mehr als eine halbe Tüte brauchen wir auch gar nicht. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich lege die Tüte kurz zur Seite. Und dann wird das einfach, wie gesagt, schnell und einfach durchs Sieb gedrückt. Gibt mir einfach die Sicherheit, dass sich keine Klumpen mehr in der Erde befinden. Und wir entsprechend mit dieser ganz feinen schwarzen Erde dann entsprechend angeln können. Jetzt ist es so, dass die Erde, wie schon eben erwähnt, vorbereitet ist. Das heißt, ich kann sie wirklich jetzt zu einem Ball formen und der wird sich einigermaßen schnell auflösen. Ich habe jetzt hier zwei Meter Wassertiefe und das Wasser fließt eigentlich gar nicht, ist zudem zugefroren. Das heißt, ich habe auch keine Oberflächenströmung oder Sonstiges. Und dementsprechend nehme ich mir jetzt dann von meinen Mückenlarven gleich schon so eine kleine Fingerspitze voll und rühre das in einer separaten Dose dann an. Bin startklar und werde dann gleich zwei Bälle füttern. Jetzt haben wir genug geredet. Ich bin nach der Mittagspause richtig heiß, weiterzumachen. Für euch ist der zweite Teil. Wir haben schon viel geredet. Wir wollen jetzt anfangen und Fische sehen. Also, los geht's. So, jetzt sind uns jetzt. Ungefähr anderthalb bis zwei Stunden rum. Wir haben ja ein bisschen Mittagspause gemacht, uns aufgewärmt und dann alles vorbereitet jetzt für den zweiten Teil. Ich werde jetzt eben nur noch mit Mückenlarven angeln. Das heißt, ich werde Erde einbringen. Wir haben gerade drei Bälle geformt, die eben einen recht hohen Anteil an Mückenlarven enthalten. Und ich werde am Haken nur noch die Mückenlarven angeln. Wenn ich jetzt, und das könnte jetzt natürlich so ein bisschen von eurer Seite zu Recht als Aussage kommen, wenn ich jetzt heute Morgen noch nicht hier geangelt hätte und neu an das Gewässer ranfahren würde, dann möchte ich natürlich erstmal auch Fische an meinen Platz anlocken. Da würde ich dann vielleicht noch ein oder zwei Bälle Lockfutter auch verwenden, was wir im ersten Teil auch getan haben. In dem Fall soll es jetzt wirklich darum gehen, einen bestehenden Platz zu optimieren, in der Hoffnung, dass wir einerseits die Bissfrequenz nochmal ein bisschen erhöhen können oder aber größere Fische selektieren können. Das heißt, ich möchte einen bestehenden Platz jetzt wieder aufbauen und optimieren. Es soll nicht mehr darum gehen, komplett neu mit dem Angeln zu starten. Entsprechend merkt euch einfach, wenn ihr ans Wasser fahrt und mit der Mückenlarve angeln wollt, dann natürlich am Anfang kann es durchaus sinnvoll sein, eben auch Futter zu füttern. Ich mache es nicht mehr und wir legen jetzt los. Und ich bringe jetzt diese Bälle mit dem Cupping Kit ein, einfach, damit ich ganz genau auf dem Punkt angeln kann, auf dem ich auch füttere. So, ich zeige euch jetzt mal, wie ich die Pose einsetze. Die Mückenlarve logischerweise den Hakenköder zuerst und dann lasse ich das Ganze hier ungefähr so 1,80 Meter absinken. Stoppe dann kurz und lasse den Rest dann so in einem Zug absinken. Und da ist direkt der Biss. War jetzt ein kleiner Fisch, aber besser hätte es jetzt nicht laufen können. Ihr habt den Köder verfolgen können. Ja, ist jetzt nicht der Zielfisch. Wir wollen eigentlich ein bisschen größere fangen. Mal gucken mal, ob wir das wiederholen können entsprechend. So, Haken neu beködert. Zack, wir sind wieder startklar. Ich schiebe raus. Das Gleiche nochmal in praktisch normaler Geschwindigkeit. Nicht so wie eben zum Vormachen. Ich stoppe wieder. Lasse dann das letzte Stück absinken. So, ihr merkt, sie ist sehr gut ausgebleit. Jetzt geht er nicht unter. Jetzt hebe ich nochmal eben wieder ein Stück an. Spiele also ganz aktiv mit der Larve. Lasse es wieder absinken. Treibt langsam an. Und da ist der Biss. Das mit dem Abheben und Absenken, das hat auch was mit der Bebleihung zu tun. Jetzt habe ich mal einen etwas besseren Fisch. So, die, auf die wir es abgesehen haben jetzt mit der Zuckmückenlarve. So, kein riesiges Rotauge, aber für den Winter ein super Fisch. Genau der Zielfisch, den wir jetzt erreichen wollen, indem wir eben nur noch mit Mückenlarven angeln. Und zwar ist es so, dass meine Bebleihung auch exakt darauf abgestimmt ist. Ich werde euch die Montage dann gleich im Einzelnen auch nochmal zeigen. Ich habe aber vom Grundaufbau eine Bulgbebleihung. Das heißt, ich habe meine Hauptbleischrote ungefähr 50 cm von meinem Hakenköder entfernt. Und darunter dann Elverschrote in einem gleichmäßigen Abstand von, ja ich würde sagen, so 8 cm zueinander. So, dass sich eine schöne Kette ergibt. Und das führt eben dazu, dass wenn ich es so einsetze, wie wir es gerade gesehen haben, die Mückenlarve ganz natürlich absinkt. Durch die Gewässerschichten Stück für Stück laufen zu lassen. Und dann eben im letzten Bereich ganz natürlich den Köder absinken zu lassen. Und meist ist es dann tatsächlich so, dass der Biss, wenn er kommt, unmittelbar nach dem Absinken kommt. So, das ist jetzt wieder ein deutlich besseres Rotauge als die vorhin. Ja, kann ich noch heben, gerade noch so mit meinem dünnen Vorfach. Aber das sind eben genau die Rotaugen, die wir jetzt selektieren wollen. Und jetzt beköldere ich neu. Das dauert natürlich alles etwas länger in der Tendenz, als wenn ich mit einem Pinky angle und den für 3, 4, 5 Fische verwenden kann. Aber ich finde, die Zeit ist es auf jeden Fall im Winter wert, wenn man eben damit größere Fische selektieren kann. So, wie es jetzt gerade der Fall ist. Es ist aber natürlich auch nicht verboten, das kann ich jetzt auch mal eben machen, ein Pinky mit dran zu hängen. So, dass wir eben zum einen diesen Reiz des Rötlichen haben und einen helleren Köder auch noch mit drauf. Und dann eben versuchen können, recht zügig den Biss zu provozieren, aber in der Tendenz eben etwas größere Fische zu selektieren. Das Böch senkt ganz normal ab. Das sind Kombiköder, den wir haben. Und dann hoffe ich mal, dass wir einen größeren Fisch fangen. So, einmal die Montage jetzt im Detail. Fangen wir unten an beim Haken. Ich habe heute einen 22er Haken und einen 24er Haken geangelt, also relativ klein. Logisch, wir angeln auch auf kleine Fische. Das Ganze an einem 15 cm Vorfach. Hier unten sind 5 Elfer Schrote, immer im gleichen Abstand von so circa, ja, hier oben ein bisschen schmaler. 5, 6, 7, 8 cm, sodass wir bei der Hauptbebleihung bis zum Haken die besagten 50 cm Abstand haben, circa. Das Ganze ist nicht abgemessen. Das ist also wirklich einfach Pi mal Daumen. Wichtig ist, dass der Abstand von der Hauptbebleihung bis zum Haken in der Tendenz immer ein bisschen größer wird, damit beim Absinken eben der untere Bereich langsamer absinkt und die Zuckmückenlarve eben langsam nach unten trudelt. Wir haben hier circa 2 Meter Tiefe. Ich angle da eine recht schmalförmige Pose in 0,8 Gramm hauptsächlich heute. Zur Schnur lässt sich sagen, das ist eine 10er Hauptschnur, also auch relativ dünn gewählt und ein 8er Vorfach. Man kann natürlich auch noch feiner angeln. Jetzt ist es so, hier treibt überall Eis und ja, es ist auch ein Gewässer, wo die ein oder andere Wasserpflanze dann mal drin ist. Ich bin tendenziell davon überzeugt, dass das auch durchaus in Ordnung ist, wenn man eben ja nicht noch viel feiner geht. Andere sehen das durchaus anders, insofern jedem das seine. Ich angle eben 0,8 Millimeter Vorfach und 10er Hauptschnur. Dann haben wir hier oben den Dacron Connector. Das ist die Größe Medium und ich angle den Slick Elastic in der dünnsten Stärke, die wir haben. Das ist 0,9 Millimeter. Der ist eben sowohl bei den kleineren Fischen beim Anschlag so, dass man wirklich auch merkt, okay, der federt den Anhieb ab. Und gerade so bei diesen Rotaugen, die wir heute dabei hatten, kommt er dann auch wirklich schon so einen halben Meter raus. Bei größeren Rotaugen dann natürlich auch deutlich, deutlich länger. Und das ist eigentlich so, finde ich, für den Winter ein gutes Allround-Setup, wenn es um nicht ganz so große Fische geht. Und eigentlich die Grundmontage, die ich verwende, wenn ich bündig mit der Mückenlarve eben angeln möchte. Genau, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende des Angeltages und der beiden Teile, die wir hier gedreht haben, für euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ich jetzt so ein kleines Fazit ziehen möchte, dann war es auf jeden Fall für den Winter. Und als ich heute Morgen hier angekommen bin, eine zugefrorene Eisfläche gesehen habe, ein echt richtig super Angeltag. Ich habe ja eine sehr, sehr gute Stückzahl gefangen an Fischen. Natürlich hätten die Fische ein bisschen größer werden dürfen mit der Zeit. Aber wir haben es geschafft, eben mit der Larve ein bisschen größere Fische dann auch dabei zu haben. Die Frequenz hat, muss man ganz ehrlich sagen, ja, zwar sich nicht in die negative Richtung entwickelt, aber man braucht natürlich auch zum Beködern der Larve deutlich länger. Wenn ich wirklich nach jedem Fisch neu beködern muss, bin ich in der Tendenz einen Tick langsamer. Nun war jetzt nicht das Ziel, wirklich auf die absolute Stückzahl zu gehen, sondern eben ein bisschen zu schauen, was verändert sich, wenn ich weniger oder gar kein Futter mehr einbringe, sondern wirklich ausschließlich nur noch mit der Mückenlarve dann füttere. Das hat mir ganz gut weitergeholfen, weil wenn ich beim nächsten Mal dann hier neu wieder ans Gewässer fahre, kann ich daraus meine Lehren ziehen. Ich weiß ganz genau, wenn es mal ein bisschen schlechter wird, kann die Mückenlarve eine Rolle spielen, aber ich bin für die Bissfrequenz, für die Bissausbeute auf jeden Fall nicht zwangsläufig darauf angewiesen, sie dabei zu haben. Jetzt gerade zum Ende hin ist es aber wirklich so, es wird schwieriger und da kann ich mit diesem Anheben, absenken mit der aktiven Angelei, gerade auch im Winter, nochmal Fische wirklich dazu animieren, zu beißen und habe jetzt nach hinten raus dann eben deutlich mehr Chancen, konstant wirklich Fische zu fangen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für eure Angelei, hattet Spaß dabei, das Video zu schauen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns entweder am Wasser oder in den nächsten Videos. Macht's gut und bis dann. Ciao. Ciao.